Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog auf meinem Kanal. Heute geht's ans Kellerjoch, das ist der Hausberg von einem Ort wo ich wohne und da nehme ich euch selbstverständlich mit und zeige euch wie das Ganze aussieht. Ich muss mich hier aber jetzt beeilen, denn ich werde gleich abgeholt, deshalb sehen wir uns gleich. Ja Leute, ich befinde mich gerade am Kellerjoch oben und wie ihr sehen könnt, ist eine recht geile Aussicht da und ich würde sagen, gehen wir mal weiter. Mann Leute, auf was habe ich mich hier nur eingelassen? Ich bin zwar aus Tirol, gehe aber aus Seltenberg und ich merke das gerade voll. Irgendwie geht es dann mega steil hoch. Ja Leute, wir sind jetzt auf der Hütte angekommen, wo es jetzt gleich Frühstück gibt. Das ist die Hütte und auf die Seite ist auch noch ein recht geiler Blick. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht oder ob zu viel Sonne ist, weil von da kommt direkt die Sonne. Ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg runter. Das Essen war richtig lecker. Wir werden jetzt nicht so lange runter gehen. Ich denke, das werden ungefähr so um die zwei Stunden sein. Natürlich werde ich dabei auch wieder ein bisschen filmen. Ja, ich bin jetzt wieder zu Hause. Es war viel, viel anstrengender, als ich eigentlich gedacht habe. Trotzdem war es ein mega geiler Tag, denn ich war schon ewig nicht mehr bald oben. Locker sechs Jahre, okay, ich war an der Nordkett. Das war halt nicht zu Fuß, da sind wir mit der Bahn hoch. Ja, ich mache jetzt heute nicht mehr viel. Ich werde jetzt noch Videos schneiden, eventuell noch streamen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich da oben. Bis dann verabschiede ich mich. Bis dann, bis dann.